Hallo ihr da draußen, es ist mein frohes neues Jahr und Happy New Shit! Also wir waren jetzt dieses Wochenende bei Freunden, haben da Silvester gefeiert, weil ich einfach nur ein bisschen aufspannen wollte, bin ich jetzt heute schon nach Hause. Mama ist noch dort und na, was soll ich sagen, ich komme nach Hause, Internet kaputt, Telefon kaputt, Heizung kaputt. Es ist arschkalt, wir haben kein Netz, wir können nicht telefonieren und ja, deswegen Happy New Year, Happy New Shit! Ich werde mal gucken, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Wahrscheinlich wird auch der Netz bei unseren Handyanbietern und unseren anderen Anbietern Angst. Es wird wahrscheinlich als nächstes mein Handy nicht mehr tun. Und das heißt, ich werde mich die nächsten Tage wieder nicht melden können. Ach ja, meine Bank hat auch einen Pannenproblem. Eben, das heißt, ich kann nicht gucken, ob ich mein Gehalt gekriegt habe. Ich habe es wahrscheinlich nicht gekriegt, weil, wie gesagt, die Bank hat gerade ein kleines Internetproblem. Das heißt nicht nur, dass ich zu Hause kein Internet habe, sondern ich habe mein Dezembergehalt auch nicht gekriegt. Und jetzt mal sehen, wie es die nächsten Wochen so wird. Wahrscheinlich kalt, arm und beschissen. Hüüüü!